Herzlich willkommen zurück zur Geheimakte 2, Puritas Cordes. Ja, wir sind wieder unterwegs mit unserer Lina und ich sage es mal vorweg, es tut mir leid, wenn ich heute vielleicht ein bisschen schwer vom Begriff bin, schlimmer als sonst noch, weil wir haben über 30 Grad und diese Temperaturen halten sich schon gefühlt in eine Ewigkeit. Mein Gehirn ist einfach matsch, besonders heute. Ich habe die ganze Zeit mit mir gehadert, ob ich überhaupt heute noch eine Aufnahme mache oder nicht, aber ich habe gedacht, nein, ich will auch wissen, wie es einfach weitergeht und ich habe ja auch schon einen Hinweis bekommen bezüglich der Uhr und der Kerze und so weiter. Ich laufe da gleich nochmal zurück. Ja, aber ich sage schon mal im Vorweg, sorry, wenn ich heute besonders auf dem Schlauch stehe, weil es ist unnormal. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns hier, ja, die Temperaturen sind unnormal, ganz ehrlich. Es ist schon heftig, ja. Ich weiß nicht, wie ich dann noch morgen, naja, wobei diese Folge wahrscheinlich erst Freitag rauskommt. Ich überlege gerade, ja, Freitag. Und ich hatte eigentlich vor, am Samstag noch eine Episode hochzuladen von A Story Beside, weil ich habe jetzt am, ich meine, 13.8. Jubiläum ein Jahr YouTube und da wollte ich ja dieses eine Special machen und das würde dann Samstag rauskommen. Das müsste ich aber dann morgen fertig machen. Aber bei der Hitze, ich weiß es nicht. Ich muss mal schauen, wie es wird. Aber es kommt auf jeden Fall noch. Ihr könnt euch auf was freuen. Es gibt dann wieder ein bisschen, ja, mehr Content. Joa, genau. Okay, ich gehe mal jetzt erstmal wieder zurück zur Bahnhofs-Uhr, weil ich wohl hier das Uhrwerk nicht betätigt hatte, soweit ich weiß. Ich habe ja nur die Kerze draufgestellt. Ein teuflischer Plan, der mich vermutlich viele Sympathien kosten dürfte. Wäre das hier ein Computerspiel, würde man es vermutlich als gewaltverherrlichend einstufen und auf den Index setzen. Aber leider ist das hier kein Spiel, sondern bitterer Ernst und ich muss die Welt retten. Und für Weltenretter gelten nun mal andere Gesetze. Also, auf geht's. Aha. Was hat sie jetzt gemacht? Hat sie die Uhr jetzt aufgezogen? Hallo, Sie warten noch immer? Ja, hoffentlich habe ich meine Freunde nicht verfahren. Ich habe es beschädigt, ne? Müsste ich jetzt nicht dafür ins Gefängnis kommen? Wartet, ihr fahrt in die falsche Richtung. Oh. Ihr müsst auch hier abbiegen. Halt! Na, so ein Mist. Jetzt bin ich komplett durchmiss. Das nennt man dann wohl Kettenreaktion. Es ist eine Katastrophe. Wie mein ganzes Leben. Eine einzige Katastrophe. So schlimm, dass Sie Ihre Freunde verpasst haben? Meinen Sie nicht, dass Sie den Weg trotzdem finden werden? Ja, vielleicht. Aber es geht ums Prinzip. Mir will einfach nichts gelingen. Alles geht tief. Ach, Kopf hoch. Es kommen auch wieder bessere Tage. Darauf warte ich schon seit Jahren. Entschuldigen Sie mich bitte. Ich brauche mal ein paar Minuten für mich. Hm, wie wär's mit... Er ist ja völlig fertig mit den Nerven. Ich sollte ihm folgen und aufpassen, dass er keine Dummheiten macht. Oha. Schließlich bin ich ja nicht ganz unschuldig an seiner Stimmung. Ähm. Puh. Reinsteigen, bitte. Können wir da fünf Cent reinschmeißen? Um mein Finanzimperium aufbauen zu können, brauche ich sinnvolle Investitionen mit Entwicklungspotenzial. Das sehe ich bei dieser Aktion derzeit nicht wirklich als gegeben an. Ach, Mensch. Wieso nicht? Ich hätte es reingeschmissen. Ähm... Hübsch. Hübsch. Okay, sorry, sorry. Was könnte man da sonst noch machen? Ein Schild dran machen? Nö. Regenschirm? Wüsste ich nicht. Ein Teddy? Wäre ein bisschen traurig. Nee, 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 nee. Ein Schnuller? Wäre es denn zum Auswaschen oder so? Ich weiß es ja nicht. Ein Pflock? Nee. Wartet mal, ich habe noch nicht probiert, irgendwas hier zu kombinieren. Könnte ich den Teddy aufspießen? Nein, nicht den Teddy aufspießen. Okay. Wir haben hier noch einen Sandkasten, aber den kann ich nicht anklicken. Oh, ein Schloss. Wow, was für ein Schloss. Wer da wohl wohnt? Schick. Sieht auf jeden Fall gut aus. Eine Statue. Ich habe keine Ahnung, wen diese Statue darstellen soll. Und eine Plakette mit näheren Hinweisen ist nirgendwo zu sehen. Ist mir ein Rätsel, wie sich die Statue auf irgendeine Art und Weise manipulieren lassen soll. Hm, wir können die Statue manipulieren. Schild dran machen? Nein. Wir testen alles aus. Ach, Regenschirm wird doch auch cool aussehen. Oder ein Paddy in der Hand. Nein. Schnuller wäre auch gut. Man kann hier nichts wirklich mit anwenden. Schade. Aber wir können uns bestimmt die Zeitung anschauen. Die Zeitung von gestern. Von gestern. Hat das irgendeine Bedeutung? Nehmen wir auf jeden Fall mit. Zeitung, Zeitung, Zeitung. Hier auch nicht. Okay. Reden wir nochmal mit Rossi. Der sieht ziemlich niedergeschlagen aus. Es ist auch eigentlich unsere Schuld, ne? Hallo. Wieder alles in Ordnung? Ich mache mir echt Sorgen um Sie. Oh, hallo. Ja, ist nicht mein Tag heute. Erst zerkratze ich mir mein Auto und dann verpasse ich auch noch meine Verabredung, die jetzt vermutlich irgendwo auf dem Weg Richtung Spanien ist. Oh, ich fürchte, dass ich zumindest für die verpasste Verabredung verantwortlich bin. Kann ich irgendwas für Sie tun? Irgendwas, dass Ihre Laune wieder etwas aufbessert? Nett gemeint, aber ich laufe schon seit Jahren meinem Glück hinterher. Es ist einfach schneller als ich. Man kann das Schicksal nun mal nicht ändern. Der arme Kerl ist ja fix und fertig. Mina, du musst dir dringend was einfallen lassen, sonst kriegst du bald nur noch Angebote als Filmbösewicht. Wenn ich jetzt gehe und verspreche, bald wiederzukommen, versprechen Sie mir dann auch, keine Dummheiten zu machen? Klar, schon aus purem Mangel an inneren... Oh. Boah, der ist ja richtig fertig. Ein Flock? Oh, sorry. Eine Münze wird es auch nicht tun. Kann ich ihm irgendwas andrehen, was ihn glücklich machen könnte? Anscheinend bis jetzt noch nicht. Hm, schade, nee. Gibt es noch etwas, was ich hier übersehen haben könnte? Hm. In der Zeitung konnte man hier auch nichts machen, ne? Nee. Okay, kann ich hier irgendwie entlang? Gibt es da noch... Ah, okay. Was haben wir da? Ein Ball. Ein Tennisball. Nehmen wir mit. Oh, ist das da eine Flasche? Oh, da sitzt noch einer. Ja. Gibt es da so genug Sachen zum... Ein Tennisball. Ja, das habe ich auch erkannt. Da hinten sehe ich noch einen Reifen. Da treibt ein Hula-Hoop-Reifen auf dem Wasser. Nehmen wir mit. Boah, das Schloss sieht ja richtig schick aus, ne? Ich habe ja so eine Schwäche für diese Farben und halt dieses Herbstliche, das erinnert mich immer so an Siberia. Okay. Eine Schnapsflasche, die kommt doch auch immer gut, oder? Einige leere Flaschen und eine Buddel voll Rum. Nehmen wir mit. Ich soll einen Klochard bestehlen? Solange er noch Verwendung dafür hat, werde ich sie ihm bestimmt nicht wegnehmen. Ach so. Also kann ich ihn fragen, ob wir das haben dürfen? Äh, dann laufen wir hier hin. Ja, das ist doch der gleiche Typ, mit dem wir vorhin schon geredet haben, oder nicht? Hallo, da sind Sie ja wieder. Wollten Sie mich mal zu Hause besuchen? Sie wohnen hier? Naja, es ist nicht das Ritz. Aber zumindest hat man hier seine Ruhe. Wenn nicht gerade mal wieder so ein jammernder Zeitgenosse vorbeikommt, was ist los mit dem armen Kerl? Er hat den Bus verpasst. Tragisch. Wirklich tragisch. Wirklich tragisch. Sie trinken ganz schön viel. Ja, ich weiß. Aber ich gehe mal davon aus, dass Sie noch nie auf der Straße gelebt haben, oder? Nein, nicht wirklich. Es ist eine ganz einfache Entscheidung. Die feste Nahrung bringt natürlich deutlich mehr Energie. Aber Energie wofür? Niemand wartet darauf, dass ich genug Energie habe, um mein Haus zu bauen oder mein Auto zu reparieren. Und einen Job habe ich auch nicht. Ich brauche also nicht wirklich Energie für irgendwas. Was ich hingegen ganz dringend brauche, ist eine Möglichkeit, diesen Mist hier zumindest kurzzeitig zu vergessen. Und ich brauche etwas, das mich in kalten Nächten warm hält. Ich verstehe. Nein, tun Sie nicht. Aber das mache ich Ihnen auch gar nicht zum Vorwurf. Ist nun mal schwer nachvollziehbar für jemanden, der noch nie in einer solchen Lage war. Wollen Sie nicht zumindest mal versuchen, aus diesem Kreislauf rauszukommen? Und wie? Zum Beispiel, indem Sie mit dem Trinken aufhören. Ich könnte mal schauen, ob ich Ihnen was Essbares organisieren kann. Hab ich schon versucht. Aber der Mensch füttert nun mal lieber Tauben als allesgleichen. Klingt ein bisschen nach böse Welt und keiner hat mich lieb. Wenn ich Ihnen was zu essen besorge, würden Sie dann mit dem Trinken aufhören? Ich könnte mein Geld dann in einen Schlafplatz investieren. Abgemacht. Okay. Sind das hier diese, ähm, Depri-Sitzflächen? Also sitzen da immer so Depri-Leute? Es tut mir voll leid, ne? Aber naja. Okay, also müssen wir für ihn was zu essen besorgen, ja? Sie wissen nicht zufällig, wann der Zoo aufmacht, oder? Eigentlich müsste er jetzt aufmachen. Gut, dann werde ich da gleich mal vorbeischauen. Können wir gleich zum Zoo? Der Brunnen da drüben. Lassen Sie mich raten. Sie haben Geld reingeschmissen und hoffen jetzt darauf, dass alles besser wird. Nein, haben wir nicht. Nein, wieso sollte ich? Oh, ich dachte nur, weil das früher bei Touristen sehr beliebt war. Geld in den Brunnen zu werfen? Ja. Man sagt, er habe magische Kräfte. Das sagt man auch von einigen hochprozentigen Getränken. Ja, aber glauben Sie mir, auch das stimmt nicht. Na, Sie müssen es ja wissen. Und warum schmeißen die Leute jetzt kein Geld mehr rein? Vermutlich haben Sie den Glauben an die Existenz von Wundern verloren. Also muss auch ich meine Hoffnung auf ein Wunder begraben? Probieren geht über Studieren. Und wenn Sie zu viel Geld haben... Dann werde ich an Sie denken. Versprochen. Danke. Ich gehe dann mal wieder. Okay. Wir haben inzwischen so ganz viele Sachen. Ich schaue mal, ob wir irgendwas hier... Können wir nicht kombinieren, ja? Warum wundert mich das irgendwie nicht? Ich wüsste auch nicht, was ich damit machen soll. Es ist mal wieder soweit. Wir haben genug Dinge, von denen ich nicht weiß, wohin damit. Okay, dann tauchen wir hier wieder auf. Blauer Stein. Ach so, das war beim Friedhof. Hier ist das Gefängnis. Hier beim Zoo ist noch ein Stein. Und hier waren wir im Park, ne? Ich will nur einmal ganz kurz schauen, weil wir sind hier rechts noch nicht lang gegangen. Nur einmal ganz kurz... Ist das einfach nur ein Pott mit Wasser oder tatsächlich ein Wunschbrunnen? Können wir denn nicht versuchen, da Münzen rauszuholen? Derzeit keinerlei Badebedarf vorhanden. Könnte man wirklich nicht irgendwie versuchen, was rauszufischen? Also ich hätte es jetzt versucht. Naja, okay. Kann sie hier entlang? Okay, da geht es nicht weiter. Hm. Und mit den neuen Sachen... Ein Hula-Hoop-Reifen. Hoffentlich erwartet jetzt keiner von mir, dass ich den stundenlang um meine Hüften kreisen lasse. Oh, doch, Nina. Mach das mal. Das wird bestimmt lustig. Oder auch nicht. Ähm. Okay. Ne. Wir können dann nochmal hier zur Brücke, weil der eine Typ, da hatten wir ja eine Kettenwerkzeuge ausgelöst. Oh, wie es scheint, kann der Straßenkehrer ja doch schnell arbeiten. Die ganze Brücke gelöst wie neu. Tja, der Bus, auf den Herr Rossi gewartet hat, ist hier falsch abgebogen, durch die Pfütze gefahren und hat damit den Straßenfeger komplett durchnässt. So gab es für den keinen Grund mehr, nicht auf der verregneten Brückenseite zu fegen. Man muss das Leben nur verstehen, dann ist es eigentlich ganz einfach. Und da ist auch einer der gesuchten Steine. Richtig. Herr damit. Der Stein sitzt ziemlich fest, den bekomme ich so nicht raus. Dies ist einer der gesuchten Steine, die aus dem Mosaik in der Kirchenruine stammen. Darauf ist ein stilisierter Bauer abgebildet. Stilisierter Bauer, okay. Also müssen wir das Ding irgendwie rauskriegen, vielleicht mit dem Pflock? Der Pflock ist zu dick, damit komme ich nicht in die Fugen. Hm. Vielleicht mit der Münze versuchen? Geht nicht. Mit dem Regenschirm? Mit der Spitze kann ich vielleicht den Sand drumherum ein bisschen wegkratzen. Und jetzt den Schirm als Hebel einsetzen. Ja, sehr schön. Dieser Stein ist mein. Fängt ja gleich an zu dichten. Okay, hier ist der Stein dann auch erledigt. Jetzt muss ich einmal ganz kurz schauen. Was war das nochmal für ein Schild? Auf dem Schild steht Aushilfe gesucht. Ach, die Aushilfe, okay. Okay. Sonst war hier jetzt weiter nichts, ne? Nur die Enden können wir hier noch weiter durch. Nee, hier ist nichts mehr, ne? Okay, schade, schade. Die Enden kann man sich auch nur anschauen. Was haben wir hier, können wir noch im Abfallhaufen was rausholen? Ein Haufen voller Laub, Dreck und Abfall. Der Straßenfeger mag vielleicht nicht sonderlich schnell sein. Seine Gründlichkeit ist aber auf jeden Fall vorbildlich. Okay, sonst auch nichts, ne? Gut, wie sieht's denn mit seinem Auto aus? Ein schnittiger italienischer Sportwagen. Auf der Motorhaube ist ein hübsches Pferd und ein weniger hübscher Kratzer. Der Wagen ist durch eine Alarmanlage gesichert, die bestimmt schon bei der kleinsten Berührung losgeht. Und da ich die einzige bin, die sich hier aufhält, könnte der Verdacht unter Umständen auf mich fallen. Ja, aber würde es nicht Sinn machen. Wir wollen doch auch ins Polizeipräsidium kommen, ne? Sie hätte sich auch einfach hier festnehmen lassen können, oder? Wäre das nicht so ein Gedanke? Nein? Gut, gehen wir kurz nochmal hier rein. Können wir vielleicht mit dem... Da war ja der Schaltkasten kaputt, ne? Wir haben hier noch den Kaugummiautomaten, aber mir fehlen noch 5 Cent. Können wir denn mit dem Schaltkasten noch was machen? In dem Kasten befindet sich auch der Schalter für den Brunnen. Hm. Können wir da irgendwas anwenden von den Sachen, die wir jetzt gefunden haben? Das sieht nicht danach aus, ne? Mit dem Regenschirm da ein bisschen rumfuchteln? Nö. Nee, nee. Okay, okay. Dann gehen wir jetzt erstmal weiter. So. Was haben wir denn noch? Brücke haben wir erledigt. Friedhof haben wir auch erledigt. Das sind jetzt eigentlich nur noch drei Stück. Im Gefängnis kommen wir auch erstmal nicht weiter. Dann gehen wir erstmal zum Zoo. Der Zoo? Bin mal gespannt, auf welche exotischen, wilden und gefährlichen Kreaturen ich hier treffen werde. Und auf die Tiere bin ich natürlich auch gespannt. Okay, okay. Was haben wir hier? Da geht es zum Affengehege. Affengehege. Hm. Noch eine Statue? Sie ist demjenigen gewidmet, der nach dem Zweiten Weltkrieg den zerstörten Zoo wieder aufgebaut und damit Dutzenden von Tieren das Leben gerettet hat. Irgendein Witzbold hat ihm die Zähne rot lackiert. Das finde ich cool. Ähm. Können wir ihm noch einen Hula-Hoop reißen irgendwie um den Kopf wickeln? Nein. Ich frage für einen Freund. Ähm. Oder eine Zeitung in die Hand drücken? Auch nicht. Teddy. Hm. Also ich sehe schon... Ne. Sieht nicht da noch aus. Milchkannen? Kannen mit Milch. Kurz. Milchkannen. Oh, können wir hier tauschen? Die Milchkannen gehören vermutlich dem Zoo-Wärter. Und der müsste schon blind und taub sein, um diesen Diebstahl nicht zu bemerken. Und die Baguettes könnten wir auch geholfen. Eine Tüte voller Baguette? Die Baguette gehören wohl dem Zoo-Wärter. Und da der direkt nebendran sitzt, halte ich einen Diebstahl für keine sonderlich grandiose Idee. Also ich sehe schon, wir können tauschen das Essen gegen die Alkoholflaschen. Hallo. Arbeiten Sie hier? Ja, ich bin Tierpfleger. Kann ich Ihnen helfen? Ich habe gehört, dass dieser Zoo nach dem Zweiten Weltkrieg mit alten Steinen aus anderen Gebäuden wieder aufgebaut wurde. Ja, das stimmt. Wieso fragen Sie? Ihnen ist nicht zufällig aufgefallen, ob in einem der Gehege ein blauer Stein verwendet wurde? Hm, doch. Wenn ich mich richtig erinnere, dann müsste im Krokodilsgehege so ein blauer Stein sein. Keine Ahnung, aus welchem Gebäude der ursprünglich stammte. Danke, Sie haben mir sehr geholfen. Aha. Ich frage mich die ganze Zeit, wieso Sie eine Tüte voller Baguette neben sich stehen haben. Ich warte auf die Enten. Kann es sein, dass hier alle auf irgendwas warten? Den Bus, die Enten, Godot? Bitte was? Schon gut. Wieso warten Sie denn auf die Enten? Oder besser gefragt, wieso sind die Enten noch nicht da? Normalerweise kommen sie jeden Morgen zum See neben dem Krokodilsgehege. Die wissen genau, dass die Zoobesucher gerne Enten füttern und dementsprechend sind sie pünktlich mit der Öffnung des Zoos hier. Schlaue Tiere. Könnte ich vielleicht schon mal ein Baguette haben? Klar, sobald die Enten hier sind. Nicht jetzt schon? Wozu? Das Baguette ist zum Entenfüttern gedacht. Und ohne Enten ist das Füttern schwer. Na toll. Das heißt... Schönen Tag noch. Danke, gleichfalls. Ich muss die Enten irgendwie anlocken. Und dann kriege ich erst ein Baguette. Die Enten sind aber noch bei der Brücke, ne? Wie fahren wir hier stehen? Da geht es zum Krokodils- und zum Elefantengehege. Oh, es gibt hier doch noch so viel, was ich übersehen habe. Eine Getränkedose. Leer, zerquetscht und voller kleiner Löcher. Sieht aus, als habe jemand seine ganze Wut an der Armdose ausgelassen. Nehmen wir mit. Boah, das hätte ich ja voll übersehen. Und den Nagellack da hinten auch. Hier. Ein Fläschchen mit rotem Nagellack. Nehmen wir natürlich auch mit. Können wir der anderen Stator auch die Zähne lackieren? Das wäre cool. Das würde ich ehrlich gesagt sehr gerne ausprobieren. Das haben wir noch sonst. Sonst erstmal nichts. Dann gehen wir erstmal... Schauen wir uns den Rest auch erstmal an. Oh, ein Krokodil. Da ist einer der gesuchten blauen Steine. Ach da. Bewacht von einem lieblichen Krokodil. Es stellt sich also die nicht ganz irrelevante Frage. Wie soll ich da bloß rankommen? Gute Frage. Nächste Frage. Was ist das hier? Eine Tröte? Eine kleine Tröte. Mach Tröte. Das hat sie nicht gemacht. Oh, Mann, ey. Nina. Können wir damit vielleicht die Enden anlocken? Baden möchte ich hier nicht. Dafür sind mir zu viele Krokodile in der Nähe. Können wir vielleicht irgendwie ihn ablenken? Schauen wir mal, was auf dem Schild steht. Vielleicht ein Hinweis. Offenbar handelt es sich bei diesem Prachtexemplar um ein Nilkrokodil. Es markiert sein Revier durch Vibrationen im Wasser und killt absolut brutal, wenn Gnus in seine Nähe kommt. Oh, wow, schön. Ist das nicht herrlich? Da ist ein Baum. Wenn ich mir die ganzen Käfer auf dem Baum anschaue, dann könnte man fast meinen, dass es sich hierbei um ein freistehendes Borkenkäfergehege handelt. Okay. Natürlich könnte ich ohne Probleme da hochklettern. Aber ich glaube, ich will das jetzt gar nicht. Nö, ich glaube nicht. Okay, aber da ist noch ein Vogel. Das Nest scheint verlassen zu sein. Kann ich das mitnehmen? Nee, ne? Können wir da vielleicht irgendwie das runterschubsen? Mit dem Regenschirm vielleicht? Nein? Geh erstmal ein bisschen näher ran, Nina. Das ist mir zu weit weg hier. Oh, was ist denn das? Eine leere Futterbox mit Resten von Erdnüssen. Erdnüsse. Erdnüsse sind doch was zu essen. Lass mich ja mal gucken. Eine leere Futterbox mit Resten von Erdnüssen. Kann ich sie ihm andrehen? Da ist leider kein Futter mehr drin. Achso. Können wir das mit irgendwas verwenden? Wir haben schon wieder so viel Müll gesammelt, ne? Jetzt bin ich so gespannt, wie wir das alles anwenden können. Hm. Können wir mit dem Leifanten reden? Ich finde es immer wieder erstaunlich, dass ein Tier mit so viel Kraft so friedlich und schon fast kuschelig wirkt. Ja, das ist wahr. Der ist einen Tick zu schwer zum Tragen. Wollte sie den mitnehmen? Ähm, gib ihm einen Schnuller. Nee, kein Schnuller. Dann nicht. Einen Teddy? Auch nicht. Hm. Die Regenschirme. Nee, da kommen wir auch nicht weiter. Zeitung. Tennisball. Rulaupreifen? Nö, auch nicht. Ich wüsste halt auch nicht, sollen wir ihm hier auch die Nägel lackieren? Nein? Tröten. Glaub nicht, dass ich dieses Tier durch mein Tröten besonders beeindrucken kann. Hm, also doch nicht. Da ist leider kein Futter mehr drin. Hm, und an das Vogelnest kommen wir auch nicht, ne? Das ist ja ... Ach, hier ist noch ein Schild. Ein afrikanischer Elefantenbulle. Erkennbar an den im Vergleich zum asiatischen Elefanten deutlich größeren Ohren. Weitere Unterschiede sind die Fliehende statt der hochgewölbten Stirn, sowie der Sattel statt des Buckelrückens. Wieder was gelahmt. Ja, sehr schön. Können wir vielleicht an die Schillen da noch was dran machen? Nee, okay. Und beim Krokodil auch nicht? Hier? Nee. Hm. Das ist ja interessant. Dann, Lina, lauf mal wieder hier hin. Also, ich hätte ja die Idee ... Oh, da ist noch was. Ein Boot. Das kleine Motorboot ist dermaßen festgezurrt. Da scheint wohl jemand auf Nummer sicher gehen zu wollen. Können wir das auch trotzdem benutzen? Tatsache. Hoho! Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Der Motor funktioniert. Gut zu wissen, aber jetzt mache ich ihn erst mal wieder aus. Warte mal, wenn das hier so läuft, dann sollte der nicht, das Krokodil nicht hier hinkommen? Warum hat sie es jetzt wieder ausgemacht? Hm. Baden will ich hier nicht. Dafür ist mir das Wasser zu dreckig. Kann man ... Was könnte man machen, was könnte man machen mit dem Wasser? Könnte man da was reinschmeißen? Einen Ball. Kann man hier am Boot was machen? Mir gehen lang echt die Ideen aus. Das kleine Motorboot ist dermaßen festgezurrt. Festgezurrt. Gibt es denn ... Was ist das hier? Hier ist nur Wasser. Wasser im Gehege. Und da haben wir das Krokodil. Müssen irgendwas vielleicht basteln? Kann sie jetzt tröten? Können wir ihn hierherglocken? Können wir nicht. Lustiges Geräusch. Aber die Reaktion lässt dann doch etwas zu wünschen übrig. Vielleicht sollte ich es mal woanders versuchen. Hm. Können wir eine Schachtel hier damit irgendwo hinschmeißen? Auch nicht. Oder eine Getränke? Aha. Das Wasser würde durch die vielen kleinen Löcher ganz schnell wieder auslaufen. Hm. Kann man die Löcher mit irgendwas stopfen? Hm. 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 Ziemlich überfragt. Was ist das hier? Man hat einmal das Krokodil. Ach. Und das ist der blaue Stein. Okay. Ich würde sagen, hm. Wir laufen jetzt erstmal zurück. Und zwar zum Park. Ich werde nämlich austesten. Ach. Der hat gar keine Zehen. Oh. Ich wollte dem nämlich ... Ich wollte dem auch was anmalen. Das hat ja jetzt nicht so toll funktioniert. Hm. Kann ich ihm vielleicht die Zehen lackieren? Nein, kann ich nicht. Am Brunnen kann man auch nichts machen. Kann ich hier tröten? Oh. Wo rennt sie da hin? Das ist so süß irgendwo. Interessant. Die Enten scheinen auf die Tote zu reagieren. Cool. Ah. Enten. Hübsch. Das heißt, ich muss die Enten irgendwie hinlocken, ne? Aber ich kann für die jetzt auch nichts ... nichts machen, ne? Hm. Okay, okay, okay. Wie wäre es, wenn wir zurückgehen? Hm. Und zwar zum Zoo. Und hier einmal die Tröte verwenden. Zack. Kommt da was? Passiert nichts. Wenn ich die Enten anlocken will, dann sollte ich das in der Nähe einer Wasserfläche tun. Okay. Aber dann müsste das doch hier sein, oder nicht? Versuch's nochmal, Nina. Ich hab die Enten ja jetzt schon ein bisschen näher gebracht. Kommen die hier hin? Und da kommen sie. Ja, sehr schön. Dann haben wir hier die Enten. So. Enten. Hübsch. Jetzt können wir doch zu dem einen Typen hingehen und mit ihm einmal wegen den Enten reden. Hallo. Hallo. So, könnte ich wohl eines der Baguette haben? Zum Entenfüttern? Äh, ja, natürlich. Die sind inzwischen da. Klar. Dann nehmen sie sich eins. So. Können wir auch die Milch kriegen? Schönen Tag noch. Danke, gleichfalls. Ich will halt die Milch... Die Milch kann gehören vermutlich dem Zuwärter. Wieso kann ich die Milch nicht von ihm kriegen? Hallo. Sie haben in letzter Zeit nicht irgendwas Seltsames beobachtet, oder? Nein. Wieso? Ach, nur so. Hm. Okay. Mich einmal ganz kurz... Vielleicht, ähm, wird das später gebraucht. Gehen wir jetzt erstmal wieder zurück zum... ...einen Typen. Den hier hinten. Na, komm. So, und geben ihm das Baguette. Zack. Bitteschön. Ich hätte hier etwas feste Nahrung für Sie. Feste Nahrung ist gut. Das Ding ist ja steinhart. Okay, es ist nicht mehr ganz frisch, aber... Keine Sorge. Ich bin nicht wählerisch. Aber ich hab kaum noch Zähne. Oh. Dürfte es mir ein wenig schwer fallen, Pflastersteine zu trauen. Sehe ich ein. Vielleicht finde ich ja noch eine andere Lösung, um Ihren Hunger zu stillen. Hm. Wenn ich Ihnen was zum Essen bringe, dann hören Sie zumindest heute auf zu trinken? Das sagte ich doch bereits. Wer ist denn hier eigentlich derjenige, der sich die Gehirnzellen wegseuft? Sie, gleich. Schon gut. Ich wollte ja nur sicher gehen. Okay. Also das hat nicht funktioniert. Das heißt, wir müssen irgendwas anderes mit dem Baguette machen. Ich muss das bestimmt irgendwie auseinanderbröseln, oder? Und dann irgendwas... Ich weiß es nicht. Womit? Ich kann das mit nichts kombinieren. Nö. Kann ich mit dem anderen Typen noch sprechen? Kann ich ihm das Brot andrehen? Fragen wir mal so. Das mit dem Nagellack hab ich schon... Nee, kann ich nicht. Aber wir reden noch mal mit ihm. Vielleicht kann er uns so was sagen. Hallo. Sie sehen immer noch so deprimiert aus. Habe ich nicht auf allen Grund dazu? Sehen Sie es doch mal positiv. Sie sitzen hier in einem schönen Park. Naja, schön ist relativ, aber... Ach, sehen Sie es einfach positiv. Sie sind eine echte Motivationskanzlerin. Sehen Sie es einfach positiv. Das hat man mir schon oft gesagt. Ich hab gehört, der Brunnen da drüben soll magische Kräfte haben. Früher kamen die Leute von weit her, um hier eine Münze reinzuwerfen und ihrem Glück ein wenig auf die Sprünge zu helfen. Vielleicht sollten Sie das auch mal versuchen. Wenn Sie wüssten, was ich schon alles versucht habe. Einen Versuch wäre es doch aber wert, oder? Um kurzfristig ein kleines Fünkchen Hoffnung zu haben, dass er wieder von einem ganzen Wasserfall aus Enttäuschung erstickt wird. Mit dieser negativen Einstellung kann das ja nichts werden. Ja, das hat meine Therapeutin auch jahrelang gesagt. Recht hat sie. Aber warum sagt sie das jetzt nicht mehr? Weil sie jetzt selbst in Behandlung ist. Gegen chronischer Depression. Bei dem Kerl hilft nur noch ein mittelschweres Wunder. Okay. Wenn ich jetzt gehe und verspreche, bald wiederzukommen, versprechen Sie mir dann auch, keine Dummheiten zu machen? Klar. Schon aus purem Mangel an Energie. Okay. Okay, also das hat auch nichts gebracht. Können wir das eigentlich ein bisschen aufweichen, das Baguette? Das Wasser ist schon ziemlich abgestanden und würde den Genussfaktor des Baguettes vermutlich nicht unbedingt in exorbitante Höhen treiben. Okay, es war ein Versuch wert. Können wir jetzt hier eigentlich noch eine Münze reinwerfen? Okay, also years later.